Hallo, ich bin Fenja und ich studiere an der FH Aachen, Media and Communications for Digital Business. Ich bin jetzt im vierten Semester und bin sehr glücklich mit meinem Studiengang. Ich habe im Jahr 2020 an der FH angefangen Informatik zu studieren und ich habe da im Corona-Semester gestartet und mir wurde schon relativ schnell klar, dass das nicht so ganz das Richtige für mich ist. Und nach so langer Überlegung bin ich dann auch zu dem Schluss gekommen, habe aufgehört und ja, habe mich im Endeffekt dazu entschieden, Media and Communications weiterzumachen. Für jeden, der gerade auch vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, dass er oder sie unzufrieden ist mit dem Studium und überlegt abzubrechen oder zu wechseln, kann ich nur sagen, für mich war es nicht so sehr die Entscheidung, ob ich nachher abbreche oder wechsle, sondern für mich war wichtig, dieser Prozess, mich damit auseinanderzusetzen, was will ich eigentlich? Was will ich später machen? Was will ich tun? Was will ich in meinem Leben? Für jeden, der da vielleicht Zweifel hat, an denen kann ich nur sagen, setzt euch mit euch selbst auseinander und findet heraus, was ihr für euch wollt. Und für jeden, denke ich, sieht das irgendwie anders aus.